Freunde, könntest du mal einen Film, boah, könntest du mal einen Freund, Six, dann bekommt ein Boxkampfangebot für 50.000 US, 50.000 US-Dollar, hey Six, die nimm's doch einfach an, man, du bist doch Broke, man, lässt du dir halt mal das Face ein paar mal polieren, wie der Boss seinen Wagen polieren lässt, oder hast die Sache sich auch erledigt, man, hast ein bisschen Kohle wieder, hast ein bisschen Tanken, und, äh, dir auch mal ein echtes Auto leisten, oder so, zwar kein Lambo, aber vielleicht, keine Ahnung, Ford oder Daimler, ne, Daimler nicht, Ford oder ein anderes kleines Auto machen, da musst du nicht die ganze Zeit Broke sein, und mit deinem Fake Money und deinen Fake Autos protzen, also nimm das Money an, ein bisschen, ein bisschen das Gesicht emulieren, ist doch nicht schlimm, man, bei dir geht's eh nicht ums Äußere, bei dir geht's ja nur um den Rap-Stil, deshalb, Fresse kann auch kaputt sein, überleg's dir, ist dir vielleicht die Überlegung wert, ein bisschen Kohle verdienen, besser als Sozialhilfe, ha, 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 69, ja, Okay, meine Freunde, so war's dir wieder von nur dann, Boss, aber den Like nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.